Mit leuchtenden Augen und klopfenden Herzen sind unsere neuen Kollegen Lucy und Teko heute zu ihrem ersten Termin im integrativen Naturkindergarten begrüßt worden. Die Kita beteiligte sich aktiv an der Findung eines passenden Maskottchens und deren Namensgebung. Als Dankeschön gab es einen Scheck für neue Spielwaren. Das Glühwürmchen hört auf den Namen Lucy, von Luciferin die Substanz, die den Glühwürmchen Pipapo zum Leuchten bringt. Und der Roboter heißt Teko, eine Kombination aus Technik und Kommunikation. In Zukunft werden sich die beiden zu offiziellen Veranstaltungen innerhalb des Unternehmensverbundes Stadtwerkes Schwedt immer wieder zeigen.